Hallo, ich bin Daniele und das ist meine Dr. Sophie. Gemeinsam suchen wir uns heute alles für den perfekten Schulstatt. Komm doch mit! Ich bin Daniele und das ist meine Dr. Sophie. Ausschuhe haben wir jetzt. Was jetzt noch fehlt, ist das richtige Schuhwerk für den Herbst. Was wäre der Schulstatt ohne Stifte, Hefte und Kuh? Genau das besorgen wir jetzt. Wir haben jetzt alles für den Schulstatt und das zeigen wir euch jetzt. Jetzt bin ich bewertet für die Schule. Mama, darf ich jetzt endlich ein Eintaus? Ich bin Daniele. Ich bin Daniele. Ich bin Daniele. Ich bin Daniele.